jo leute was geht willkommen zurück zu pokémon purpur wie angekündigt heute findet das turnier statt mit der community drei stunden 15 kämpfe ich weiß noch nicht genau wie es an cut hochlade oder gecuttet vielleicht mache ich nur meine wins rein und nicht meine loses wenn ihr gleich nur einen kampf seht wisst ihr ich habe nur einmal gewonnen und dann schauen wir mal wer am ende turniersieger wird und sich die 20 euro einsackt fiaro espnodon okay weißt du was die kacke ist er kann halt jetzt jedes mal die attacken sehen er kann jedes mal gucken was ich mache das schon schlecht er kann genau gucken was ich jetzt gedrückt habe und dementsprechend handeln eigentlich ist es total witzlos dass ich hier mitmache aber ich stelle mich darauf ein dass ich 15 loses hole bitte kein hat ihn ich wusste es ich habe wahlband drauf stimmt scheiße hat der thermowandel drauf und gilt das mit gilt das mit ihr licht ich weiß es nicht hoffentlich sieht man gleich auch so eine tabelle wer gerade wo ist okay er setzt kein schutzschild ein hätte ich ja gedacht dass er schutzschild drauf hat ich wusste es war entweder eis haut oder thermowandel das war 50 50 ich hätte was sollte ich sonst machen sturzflug koraydon wenn auch so ein scheiß wie geist aber kein stein oder so oder bringt mir der irrlicht mehr glaubt fast hallo tuan was macht er obwohl es nicht so schlimm ist nicht so schlimm ist nicht so schlimm ist nicht so schlimm ist nicht so schlimm das tut weh xerox das tut weh wutpilz ich hasse den wutpilz was kann der wutpilz angrip von wutpilz steigt er kann nicht noch mal schutzschild drücken wenn er terror terror der soll er terroren er kann nicht noch mal schutzschild und er kann nicht austauschen und ich bin schneller er kann nichts machen weitersuchen nach dem fight ja klar suchen 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 du kannst 15 fights machen maltern was er geht auf risk never hätte ich der trifft der ist so ein scheißlacker 30 prozent chance der sag er trifft die drei das macht mich sauer was macht er jetzt er trifft die 30 prozent der penner er trifft die 30 prozent Wenn er noch, stellt euch vor er hätte noch mal, er würde noch mal Schutzschild treffen. Stahl? Stahl. 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 Moin, Lucario. Was machst du? Wir spielen ein Turnier. Der war gut. Der war scheiße nochmal gut. Kann man noch mitmachen? Ja. Guck auf Discord. Wenn man gleichzeitig aufhört, müsste man ein bisschen abwarten und nicht sofort wieder suchen. Ist doch klar. Bei 10 Leuten, die mitmachen. Als ob er davon nicht stirbt. Also dass er gerade von Abschlag nicht stirbt, ist bodenlos. Er hat, dass er den Schutzschild da doppelt getroffen hat. Das war so bodenlos. Wirklich. Dass er den doppelten Schutzschild trifft. Ich bin halt full, full auf Koraydon gegangen. Wegen dem Schutzschild. Weil ich dachte, okay, Schutzschild. Er kann jetzt nichts mehr machen. Er ist langsamer. Und er trifft den doppelten Schutzschild. Und er trifft den 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 Schutzschild. Das Jörg spielt einfach besser, kann man nichts machen. Jörg tutzt die Macht des Believens. Kann so viel belieben wie er will, ich habe gewonnen. So, let's go! Jonas, let's go! Ich bin gespannt, womit du leadest, du hast ein interessantes Team. Hippothorus, du gehst echt auf Sandsturm? Oder gehst du auf Sandsturm? Du gehst echt auf Sandsturm? Also, Filinara hat nicht viel DEV. Der Turbo Tempo mit Wahlband Raghurang müsste ihn killen. Müsste. Er hat viele Spezialverteilungen. Ich glaube nur 60 DEV sogar. Könnte ihn killen. Nevermind. So wenig, ey. 1 KP, ich kotze im Strahl. Was macht der Zauberschein? Schallwelle. Macht er mit Hippo? Steinkante. Ist egal, ich habe den Rückenwind draußen. Ist ein bisschen unlucky, weil Steinkante trifft. Aber gut. Ah, stirbt Filinara jetzt? Das wäre nice durch Sandsturm. Let's go! Hallo! Eisenhals. Ist der nicht Eisen-Unlicht? Deh, 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 deh. Hoffentlich geht der nicht auf Geist. Dann kacke ich ab. Ja, ihr müsst dann warten, bis jemand fertig ist. Und dann einer von denen sucht. Ey, wir machen auf jeden Fall wieder ein Turnier. Das macht übel Bock. Aber damit mehr Leuten. Oh! Können ja nur 6 gerade teilnehmen, oder? Weiß ich nicht. Ja, kein Schein zu. Noch Glück mit Diablo gehabt. Ja, ich habe schon... Ähm... 2... 6 Stunden oder so gezockt. Nach dem Turnier geht es weiter. Wollen wir das nächste? Achter einfach im Discord auf Events. Energiekapsel, okay. Auf Angriff. Alter, Eisenbündel. Wreck dich ja komplett weg, ne? Such immer noch. Ja, ja. Du musst warten, bis jemand fertig ist. Das dauert. Ich bin gerade im Kampf mit Jonas. Und Xerox ist gerade im Kampf mit... Mit irgendwem. Müsst ihr warten, bis einer von uns beiden fertig ist. Oder ihr kämpft nochmal gegeneinander. Wir haben mal 3 Stunden Zeit. Aber zugucken werde ich. Ja, geht gleich weiter. 16 Uhr geht es weiter. Mit Acrylos, genau. Feuer. Wäre das dritte Mal. Ja, dann müsst ihr warten. Dann müsst ihr warten. Dann müsst ihr warten. Hippo-Scheißer Wecker. Hippo-Scheißer Wecker. Aber der... Jonas, wieso hast du Hippo drin mit Sandsturm? Das verstehe ich nicht. Wegen Sonne, das fickt die so sehr. Ah. Okay, verstehe. Aber ich hatte ja gar keine Sonne. Ich hätte Hippo rausgelassen. Wenn du keinen Choraidon siehst, nimm keinen Hippo mit. Nimm nur bei Choraidon Hippo mit. Und dann auch nicht im Lead. So, als Tipp. Leck mich doch. Oh Gott, ich will gegen Steven kämpfen. Ich bin jetzt fertig. Ich suche zuerst Jonas. Ich suche zuerst. So. So. Ich versuche mal Acrylos komplett zu predikten. guck mal. Ich versuche mich. Ich versuche mal. Du bist schnell, in die Höhe zuvor. Dann schuhe noch ein. Dann schuhe noch. Dann schuhe noch einen Gegner. Dann schuhe noch mal. So. Dann schuhe noch den Ich versuche einen Geaton. Dann schuhe noch meinen Map. Was macht das? Angriff sinkt. Das passiert nur mir, Mann. Ist zum Kotzen, wirklich. Keine Ahnung, was Sora kann. Ist leider das Fallschirm, Team. Angriff. Angriff. Was gehst du? Wenn du Stahl hast, krass. Er hat Stahl. Bao Jian, bitte sei schneller. Bao Jian, bitte sei schneller. Bitte sei schneller. Ja. Was? So wenig? Ich nehm nie wieder Bao Jian im Kampf. Ja. Ohhhh. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020